Musik Herzlich willkommen, Ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutschtest für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 6, Buchstaben M bis P Machen Was machst Du heute Abend? Was machst Du heute Abend? Machen Ich muss jetzt das Essen machen. Ich muss jetzt das Essen machen. Machen Das macht 5,95 Euro. Das macht 5,95 Euro. Machen Das macht nichts. Das macht nichts. Das Mädchen Die Mädchen Familie Kurz bekommt ein Baby. Junge oder Mädchen? Familie Kurz bekommt ein Baby. Junge oder Mädchen? Mann Hier darf man nicht rauchen. Hier darf man nicht rauchen. Der Mann Die Männer Mein Mann arbeitet bei der Polizei. Mein Mann arbeitet bei der Polizei. Männlich Männlich Kreuzen Sie bitte an. Weiblich oder männlich? Kreuzen Sie bitte an. Weiblich oder männlich? Die Maschine Die Maschinen Die Waschmaschine ist günstig. Die Waschmaschine ist günstig. Das Meer Die Meere Wir machen Urlaub am Meer. Wir machen Urlaub am Meer. Meer Dieses Auto kostet 1000 Euro mehr als das andere. Dieses Auto kostet 1000 Euro mehr als das andere. Mein Mein Vater ist Arzt. Mein Vater ist Arzt. Meist Die meisten Norddeutschen sind sehr groß. Die meisten Norddeutschen sind sehr groß. Der Mensch Die Menschen Die Menschen sind hier anders als bei uns. Die Menschen sind hier anders als bei uns. Mieten Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Die Miete Die Mieten Die Miete für diese Wohnung ist 600 Euro im Monat. Die Miete für diese Wohnung ist 600 Euro im Monat. Die Milch Die Milch steht im Kühlschrank. Die Milch steht im Kühlschrank. Mit Trinken Sie den Kaffee mit Milch? Trinken Sie den Kaffee mit Milch? Mitbringen Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Mitkommen Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Mitmachen Warum macht ihr nicht mit? Warum macht ihr nicht mit? Mitnehmen Nehmen wir meine Schwester ins Kino mit? Nehmen wir meine Schwester ins Kino mit? Die Mitte Der Lehrer steht in der Mitte des Klassenzimmers. Der Lehrer steht in der Mitte des Klassenzimmers. Die Möbel Sind die Möbel neu? Sind die Möbel neu? Möchten Was möchten sie trinken? Was möchten sie trinken? Mögen Magst du Kaffee oder Tee? Magst du Kaffee oder Tee? Möglich Mit dieser Fahrkarte ist die Fahrt ab 9 Uhr möglich. Mit dieser Fahrkarte ist die Fahrt ab 9 Uhr möglich. Der Moment Die Momente Moment mal bitte Moment mal bitte Der Moment Die Momente Einen Moment bitte Einen Moment bitte Morgen 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 beginnt die Schule um 10 Uhr Müde Ich bin müde Ich bin müde Ich gehe schlafen Ich bin müde Ich gehe schlafen Der Mund Die Münder Öffnen Sie den Mund Öffnen Sie den Mund Müssen Müssen Ich muss jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr arbeiten Die Mutter Die Mutter Die Mütter Frau Berghäuser ist die Mutter von Michaela Nach Ich gehe jetzt nach Hause Ich gehe jetzt nach Hause Nach Ich fliege nach München Ich fliege nach München Nach Es ist schon 5 nach 12 Es ist schon 5 nach 12 Nächst Sehen wir uns nächste Woche? Sehen wir uns nächste Woche? Der Name Die Namen Mein Name ist Thomas Schmidt Mein Name ist Thomas Schmidt Der Name Die Namen Mein Vorname ist Thomas Schmidt ist der Familienname Mein Vorname ist Thomas Schmidt ist der Familienname Nehmen Heute gibt es Hähnchen Das nehme ich Heute gibt es Hähnchen Das nehme ich Nein Fährst du auch nach München? Nein, ich habe keine Zeit Fährst du auch nach München? Nein, ich habe keine Zeit Neu Ich bin der neue Kollege Ich bin der neue Kollege Nicht Das stimmt nicht Das stimmt nicht Nichts Das macht nichts Nichts Hier kaufe ich nichts Der Laden gefällt mir nicht Hier kaufe ich nichts Der Laden gefällt mir nicht Nie Er kommt nie pünktlich Er kommt nie pünktlich Noch Vielleicht kommt er noch Vielleicht kommt er noch Noch Ich habe noch 20 Euro Ich habe noch 20 Euro Normal 75 Kilo Sein Gewicht ist normal 75 Kilo Sein Gewicht ist normal Die Nummer Die Nummern Sie haben Zimmer Nummer 12 Sie haben Zimmer Nummer 12 Die Nummer Die Nummern Welche Hausnummer haben Sie? Welche Hausnummer haben Sie? Die Nummer Die Nummern Können Sie mir Ihre Nummer geben? Können Sie mir Ihre Nummer geben? Nur Ich möchte nur ein Glas Wasser Ich möchte nur ein Glas Wasser Oben Ich wohne oben Ich wohne oben Das Obst Im Sommer ist das Obst billig Im Sommer ist das Obst billig Oder Wann können Sie kommen? Heute oder morgen? Wann können Sie kommen? Heute oder morgen? Öffnen Ich öffne die Tür Ich öffne die Tür Geöffnet Der Laden ist samstags bis 16 Uhr geöffnet Der Laden ist samstags bis 16 Uhr geöffnet Oft Petra treffe ich oft Petra treffe ich oft Ohne Ohne Geld kann er nichts kaufen Ohne Geld kann er nichts kaufen Das Öl Die Öle Den Salat machen wir ohne Öl Den Salat machen wir ohne Öl Die Oma Die Omas Meine Oma ist schon tot Meine Oma ist schon tot Der Opa Die Opas Mein Opa heißt Hans Mein Opa heißt Hans Die Ordnung Die Ordnung Das ist in Ordnung Das ist in Ordnung Der Ort die Orte Der Ort liegt am Meer Der Ort liegt am Meer Das Papier Hier sind Papier und Bleistift Hier sind Papier und Bleistift Die Papiere Die Papiere Haben Sie Ihre Papiere dabei? Haben Sie Ihre Papiere dabei? Der Partner Die Partner Er ist mein Partner Er ist mein Partner Die Partnerin Die Partnerinnen Sie ist meine Partnerin Sie ist meine Partnerin Die Party Die Partys Heute Abend machen wir eine Party Heute Abend machen wir eine Party Der Pass Die Pässe Im Hotel brauchst du deinen Pass Im Hotel brauchst du deinen Pass Die Pause Die Pausen Von 12 bis 12.30 Uhr haben wir Mittagspause Von 12 bis 12.30 Uhr haben wir Mittagspause Der Plan Die Pläne Ich kaufe mir einen Stadtplan Ich kaufe mir einen Stadtplan Der Platz Die Plätze Tut mir leid, der Platz ist besetzt Tut mir leid, der Platz ist besetzt Der Platz Die Plätze Bitte nehmen Sie Platz Bitte nehmen Sie Platz Ich wohne Messeplatz 5 Die Polizei Holen Sie die Polizei Holen Sie die Polizei Die Pommes fritz Die Kinder essen Hähnchen mit Pommes fritz Die Post Die Post Wo ist die Post bitte? Wo ist die Post bitte? Die Post Ist Post da? Ist Post da? Die Postleitzahl Wie ist Ihre Postleitzahl? Wie ist Ihre Postleitzahl? Das Praktikum Das Praktikum Die Praktika Ich mache ein Praktikum bei Siemens Ich mache ein Praktikum bei Siemens Die Praxis Die Praxis Die Praxen Die Praxis ist ab 8 Uhr geöffnet Die Praxis ist ab 8 Uhr geöffnet Der Preis Die Preise Die Preise sind hoch Die Preise sind hoch Das Problem Die Probleme Mein Problem ist die Sprache Mein Problem ist die Sprache Das Prospekt Die Prospekte Bitte schicken Sie mir einen Prospekt von Ihrem Hotel Bitte schicken Sie mir einen Prospekt von Ihrem Hotel Die Prüfung Die Prüfungen Die Prüfung ist am Montag um 8 Uhr Die Prüfung ist am Montag um 8 Uhr Pünktlich Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr Der Bus fährt pünktlich um 8 Uhr Pünktlich Herr Müller ist immer pünktlich Herr Müller ist immer pünktlich Das war der sechste Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut Gibt es Wörter, die Ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt Und wir freuen uns auf Eure Kommentare, Kritiken, Fragen, Anregungen und Wünsche Ihr wollt keine Videos verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns Und damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen Ihr Wortschätzchen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss